Und jetzt freue ich mich sehr, in eine Künstlerin vorstellen zu können, mit der ich auf großen Bühnen der Welt gesungen habe, Wien, Hamburg, München. Und sie bringt uns etwas Neues, etwas, das wir von ihr nicht erwartet hätten. Und mit ihr singt Emanuel Espinoza und mit dem Mittelaktime fühle mich die große, großartige Edita Gruberova. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020